Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Abenteuer Brettspiele und heute blicke ich wieder zurück auf den letzten Monat, denn auf abenteuer-brettspiele.de können meine Leserinnen und Leser auf kleine Herzen klicken und damit ja Brettspielen ihre Stimme geben, ihren Like geben und das können kommende Brettspiele sein, auf die sie sich freuen, das können aber auch natürlich Spiele sein, die sie selber gespielt haben und toll finden. Auf jeden Fall eine Stimme für die Spiele und das haben wieder ja fast 1000 Leserinnen und Leser im letzten Monat gemacht und ich schaue mir mal die Top 11 diesmal aus dem Monat Mai 2024 an, also die 11 Brettspiele mit den meisten Stimmen. Und da geht es los mit Platz 10b, das heißt es gibt zwei Spiele auf Platz 10 mit jeweils 11 Stimmen und zum einen ist das Obsession von Strohmann Games, ja ein tolles Spiel von Dan Halligan mit einem sehr individuellen Thema, denn es geht ins viktorianische England des 90. Jahrhunderts und wir renovieren hier unser Anwesen und bauen neue Gebäude und locken damit immer neue Gäste an, die uns wieder Boni bringen müssen, aber auch die entsprechenden Angestellten haben. Also ein sehr interessantes Worker-Placement-Spiel, ein bisschen schlecht zu lesen, also die Illustrationen sind sehr thematisch, aber nicht sehr gut lesbar, aber ansonsten ein sehr interessantes und anspruchsvolles Spiel. Hat im letzten Monat, im Vormonat drei Stimmen bekommen und jetzt im Mai dann elf Stimmen bekommen und ist damit auf Platz 10 gelandet. Genauso wie Azul, ebenfalls elf Stimmen bekommen, letzten Monat noch zwölf Stimmen, also im April noch zwölf Stimmen, jetzt im Mai elf Stimmen. Ja, Azul, brauche ich glaube nicht viel dazu sagen, von Michael Kießling, 2017 bei Next Move Games erschienen, ein abstraktes Spiel, wo wir kleine Kunststoffsteine sammeln, so Mosaiksteine und damit Reihen bilden und dann wiederum diese in unser eigenes Muster legen, um Punkte zu machen. Sehr schönes, abstraktes Legespiel, was ich sehr mag. Es gab einige Nachfolger, aber ich mag dieses Original immer noch am meisten, ja, Azul mit elf Stimmen auf Position 10. Dann haben wir auch zwei Spiele mit zwölf Stimmen, beide auf Platz 8 dann gelandet. Zum einen ein I-Mischen von Schmidt-Spiele, eine Neuheit aus dem letzten Jahr, der letzten Spiel in Essen von Matt Leacock und Matteo Menna-Pace. Eins bis vier Spieler spielen ja 60 bis 120 Minuten und I-Mischen ist ein, ja, kooperatives Strategiespiel, wo wir den Klimawandel versuchen zu stoppen, indem wir quasi den Ausstoß von schädlichen Umwelt, ja, CO2-Emissionen, schädlichen Emissionen zurückfahren und dafür erneuerbare Energien quasi hochfahren. Und das ist ein sehr interessanter Mechanismus, wird über Karten gesteuert, über Projekte, die man ausspielt. Man kann sich natürlich auch helfen. Es gibt auch gemeinsame Projekte, wo alle direkt angehen müssen. Und es gibt Krisen am Ende jeder Runde sozusagen, die immer schlimmer werden, je höher die Temperatur steigt. Also ein sehr thematisches Spiel, ein bisschen kleinteilig vielleicht in manchen Dingen, aber ein sehr spannendes Spiel, was das Thema sehr gut aufgreift und was wirklich hart ist. Nicht einfach. Also wie gesagt, zwölf Stimmen für I-Mischen im letzten Monat. Genauso wie Bone Wars. Und Bone Wars ist zum ersten Mal jetzt, also zumindest, ja, letzten Monat hat es keine Stimme bekommen im April, jetzt im Mai zwölf Stimmen immer von euch bekommen. Ja, das hatte ich auch vorgestellt, dass es bei Giant Rock erscheinen wird. Und ich mag das auch sehr, habe das beim Crowdfunding unterstützt und freue mich da auf Bone Wars auch sehr von Wim Gusens. 60 bis 120 Minuten, 1 bis 4 Spieler, also schon ein anspruchsvolleres Spiel. Und es greift ein sehr interessantes Thema auf, denn im spätigen 19. Jahrhundert gab es quasi einen Wettlauf von Wissenschaftlern, die ja Dinosaurierknochen ausgegraben haben und die da wirklich auch teilweise sehr harte, mit harten Massagen vorgegangen sind, um ihre Konkurrenten auszustechen. Und genau dieses historische Thema wird hier aufgegriffen mit interessanten Mechaniken. Also das sieht wirklich gut aus. Ich freue mich sehr drauf auf Bone Wars bei euch auf Position 8 mit zwölf Stimmen im Mai. Auf Position 7 mit 13 Stimmen, auch letztes Monat, also im April, keine Stimmen bekommen, jetzt 13 Stimmen Imperium Horizonte, erscheint ebenfalls bei Giant Rock in diesem Jahr, ist der dritte Teil dieser Imperium Serie, wo wir ja immer wieder ganz unterschiedliche Völker haben. Es ist ein Kartenspiel quasi und die einzelnen Stivilisationen werden durch Kartendecks dargestellt, die aber sehr unterschiedlich teilweise funktionieren. Und jetzt haben wir in Imperium Horizons den dritten Teil von Nigel Buckley und David Torzi wieder für 1-4 Spieler, 40-60 Minuten, 14 neue Völker, die wieder ganz neue Mechaniken mitbringen, ganz neue Möglichkeiten und ich finde das schon sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich mir diesen dritten Teil hole, weil ich habe die ersten zwei schon, Classic und Legenden und da sind ja schon eine Menge Völker drin und die kann man ja auch miteinander kombinieren. Reizen würde es mich schon, aber das ist schon, ja, also mal schauen. Also ich finde es interessant, ob ich es dann hole, werde ich sehen. Es hängt ein bisschen davon ab, was sonst noch so in der Zeit vielleicht kommt, wenn dieses Spiel erscheint. Aber ich finde es an sich eine tolle Serie, also wirklich sehr thematisch, sehr unterschiedliche Völker. Hier 13 Stimmen für Imperium Horizonte im Mai. Und ebenfalls eine Neuheit von diesem Jahr, auf die ich mich ja extrem freue, hat bei euch 14 Stimmen bekommen auf Platz 6, Sankore, der Stolz von Mansa Musa. Ein Strategiespiel, welches ebenfalls bei Giant Rock erscheint, also viele Giant Rock Neuheiten jetzt hier in dieser Top-Liste der Top-Votes im Monat Juni von Mandela Fernandes Grandon und Fabio Lopiano. I-No-Tool muss man als Grafiker sicher erwähnen, weil es sieht einfach toll aus. 1-4 Spieler spielen ja 150-180 Minuten, also wirklich ein komplexes Euro-Game, ein Expertenspiel, was auch sehr lange dauert. Und thematisch geht es halt ins 14. Jahrhundert nach Timbuktu, wo wir eine Universität aufbauen. Damals war ja die Wissenschaft quasi dort beheimatet, wo wir in unserem dunkelsten Mittelalter gelebt haben, war dort eigentlich der Fortschritt zu finden. Und ja, wir bauen per Engine Building und Ressourcenmanagement mit vielen komplexen Mechaniken, bauen wir unsere eigene Uni auf, müssen in verschiedenen Fachbereichen uns entwickeln. Und ja, Worker Placement ist eine der Mechaniken, die hier dabei ist. Ich finde es einfach, es sieht toll aus. Ich konnte es mir bei der Messe Spiel in Essen anschauen. Es sah toll aus, mir hat es optisch gefallen. Denn spielerisch klingt es super interessant. Ich freue mich da sehr drauf, dass Sankore hier bei Giant Rock dieses Jahr erscheint. Bei euch auf Position 6 im Mai mit 14 Stimmen. Dann haben wir auf Platz 5 mit 20 Stimmen Live of the Amazonia. Das Spiel habe ich schon im letzten Jahr bekommen vom Originalverlag. Bad Comet Games war das, glaube ich. Wird jetzt aber von Strohmann Games für 2024 angekündigt. Ein sehr schönes, würde man sagen, gehobenes Kennerspiel von Jamie Plum, wo wir unser eigenes Ökosystem aufbauen aus Plättchen und dann Tier-Meeple, die sehr, sehr schön aussehen. Also wirklich ein sehr niedliches Spiel, ein sehr schönes Spiel, wo am Ende wirklich was entsteht. Also man kann wirklich ein toll aufgebautes Tischpräsenz sich am Ende anschauen. War damals ein Crowdline-Projekt, kommt jetzt wie gesagt nochmal bei Stroman Games raus. Und wir müssen halt versuchen, die Synergien der einzelnen Tiere und der Landschaften zu nutzen, um eben wie viele Punkte zu machen. Sehr spannendes Spiel, sehr schön produziertes Spiel. Ja, wie gesagt, bei Stroman Games dann im Herbst live auf Amazonia. 20 Stimmen, wenn wir hinbekommen. 22 Stimmen gab es auf Platz 4 für The Volution. Und das ist ja seit ein paar Monaten bei mir an dieser Top-Votes-Liste mit drin. Denn ja, dieses neue Spiel von The Print Games von Stefan Feld, ja, das ist für viele sicherlich ein Highlight des Herbstes. Ein wirklich anspruchsvolles Stefan-Feld-Spiel. 90 bis 180 Minuten, also bis zu drei Stunden. Eins bis vier Spiele ab 14 Jahren. Und wir haben halt so ein Science-Fiction-Setting, wo wir quasi an einer Fakultät in einer Science-Fiction-Zukunft eine Zivilisation kreieren quasi, um damit unsere Abschlussprüfung an dieser Fakultät abzuschließen. Und das finde ich immer ein ganz anderes interessantes Setting, als wir bauen wirklich eine Situation auf. Aber wir haben eine Menge Tech-Trees, wir haben viele Plättchen, sehr ein großes Spielbrett, sehr umfangreiche Spielertableaus, viele Mechaniken, die hier drin sind, Dice-Drafting unter anderem. Sivolution, auch für mich auf jeden Fall eines der Highlights im Herbst zur Spiele. Und bei euch hier auf Platz 4 im Mai mit 22 Stimmen. Im letzten Monat gab es dafür schon 8 Stimmen. Ja, und Far Away, welches ja dieses Jahr bei Cosmos Games erscheint, im Original bei Catch-Up Games. Auch ein Spiel, was ich schon sehr mochte, wo ich schon mein Review veröffentlicht habe, was ich sehr mag. Ein abstraktes Wertungsspiel, Liegespiel, wo wir 8 Karten nach und nach auslegen, dann aber rückwärts werten diese Karten und dann eben immer darauf achten müssen, schon beim Auslegen, dass wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen etc. Also wirklich ein zugängliches Spiel, 15 bis 30 Minuten, was aber wirklich einen sehr schönen Kniff hat. Eines der wenigen abstrakten Spiele, die ich sehr, sehr mag. Ein cleverer Mechanismus und scheint bei euch auch sehr gut anzukommen. Letzten Monat schon 30 Stimmen, jetzt im Mai 28 Stimmen von euch bekommen und damit auf Platz 3 der Liste. Also ja, solltet ihr euch hier mal anschauen, wenn ihr auf solche kurzen, kompakten, bisschen Denkspiele steht. Auf Platz 2, Die Weiße Borg, im Original von De Vier, in Deutschland bei Cosmos erschienen. Für mich ja mein Spiel des Jahres 2023. Ich liebe Die Weiße Borg. Es ist ein anspruchsvolles Spiel. Wir haben nur neun Züge, wo wir wirklich sehr, ja, sehr tightes Spiel, wo wir wirklich gucken müssen, ob wir das Maximum rausholen, nichts verschwenden, sehr schön auch planen, um dann Kettenzüge machen zu können. Sehr schönes Spielbrett mit sehr viel Varianz durch die Karten und Plättchen, die da drauf liegen. Also, Die Weiße Borg gefällt mir sehr gut und euch offensichtlich auch auf Position 2 im Mai mit 32 Stimmen. Vormonat, April hat es 12 Stimmen von euch bekommen und da wurde jetzt ja gerade, ich glaube, mit der T-Zeremonie eine Erweiterung angekündigt, die dies Jahr erscheinen soll, wo ich mir nicht sicher bin. Also ich werde mir das anschauen, aber ich finde, Die Weiße Borg schon an sich so rund und als Spiel so toll und immer wieder spielenswert. Da muss ich mal schauen, ob ich da überhaupt eine Erweiterung haben möchte, aber ich werde mir natürlich die Erweiterung anschauen. Auf jeden Fall Die Weiße Borg, Dice Drafting, Dice Placement hier auf Position 2 bei euch mit 32 Stimmen. Und da kommen wir zu Platz 1 und mit deutlichen Abstand hat auch diesmal Mischwald den Platz 1 belegt. Im Original Forest Shuffle auf Deutsch mit Wald bei, beziehungsweise das Original war ja das deutsche Spiel, im Englischen Forest Shuffle von Lookout Spiele. Der Autor ist Kosch, Grafiker Toni Lobé und Judith Biela. Zwei bis fünf Personen spielen ja 40 bis 60 Minuten, wobei da ein guter Teil noch auf die Wertungen abfällt. Denn wir haben hier ein Kartenspiel. Wir haben Multi-Use-Karten, die wir einerseits abwerfen müssen, um andere Karten spielen zu können. Und auf den Karten sind teilweise Bäume drauf und an diese Bäume können wir dann links und rechts oben und unten weitere Karten drunter schieben und bauen sozusagen unseren eigenen Wald aus, unser eigenes Ökosystem auf mit Tieren, Pflanzen und eben Bäumen. Und die haben alle ganz unterschiedliche Wertungen. Also ein sehr interessantes Aufbauspiel, was wirklich toll funktioniert. Ein bisschen, wie gesagt, in der analogen Version die Wertung. Ein bisschen aufwendiger, aber wenn man da mal drinnen ist, wenn man die Karten kennt, geht das natürlich auch schneller. Aber das ist ein Spiel, was auch in meinen Augen für den Kennerspiel des Jahrespreises auf jeden Fall einer der Mitfavoriten ist. Und von euch hat es auf jeden Fall 49 Stimmen im Mai bekommen. Im Vormonat waren es 51 und auch diesmal dann Platz 1 bei den Top-Votes des Monats Juni. Ja, das war mein Blick auf die Top-Votes des Vormonats. Ja, ihr könnt gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ja, was ihr davon haltet und ob da eure Favoriten des Vormonats dabei sind und auf was ihr euch vielleicht auch freut in Zukunft. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auf abenteuer-brettspiel.de weiter kräftig auf diese Like-Buttons, auf diese kleinen Herzen klickt und eure Stimme für Spiele abgibt, auf die ihr euch entweder sehr freut oder die ihr sehr mögt. Dann war das das für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!